probieren wir mal Centaurus mal ja 60 Cent, so wenn jetzt die Seite mal weg geht hier da ist der Gewinnplan probieren wir mal das Centaurus mal was raushaut heute oder von mir aus auch der Pfeif nochmal boah ja ja hier dieses also hier ist es ja so dass je mehr Wilds du hast die multiplizieren sich ja auf mal 2 mal 4 mal 8 mal 16 also das geht ja sehr hoch und wenn du diese Harfe oben rechts hast da brauchst du ja nur zwei Symbole guck mal wie hoch schon zwei Symbole sind ja das ist das ist das höchste ach stimmt da brauchst du auch nur zwei von ja ok ach schade ich denke das Spiel kann so explodieren wenn da mal die richtigen Bilder herkommen das ist auch sehr beliebt das ist halt ein Zockerspiel manchmal ein Zockerspiel und manchmal mit den Worten AB davor guck guck ja solche und dann ist vorne nix ja aber du sagst es zu lassen nur zwei und die zwei fehlen vorne ja die Biles stehen gerne hin ja die Biles stehen gerne hin das Feature ist auch schon wenn man im Beispiel wenn man den T-Spit immer wieder macht und dann sammelt und dann noch weitere Biles reinlaufen ja das ist halt spannend finde ich Pfeif zeigt immer wieder nur fünf an fünf von her von her vielleicht kommt ja mal ein neuer Pfeif wo man das schon braucht wer weiß wer weiß doch wir hätten ich habe gar keine Lust die Leiter zu drücken weil das sowieso in den Keller geht da könnte ich wetten dass der kein Bild mal eindreht mal ein Hohes naja aber er wird wohl irgendwie ein 100 Euro Bild mal zusammen kriegen können beim nächsten der hier drangeht ach guck mal jetzt auch hier diese Körbe es kommt kein einziges Bild mehr der hat eben so schön gehalten und jetzt ist wieder 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 tot hier wieder tot hier tja tja kann man nichts machen bis später ja ich versuch's mal mit Sparta in der Spielbank hatte ich da richtig viel Glück gehabt mehr mit ich mach mal 50 Cent einmal Gewinnplan für euch ich hoffen wir mal dass mal ein paar Freispiele kommen ja wenn er 5 macht dann hast du alle Bilder voll mit 5 ob das überhaupt mal kommt irgendwann ich hatte mal ein annäherndes Vollbild ich glaube ich hatte vier Köpfe und noch gutes Weiß im Pool ok aber ich hatte glaube ich nur eine Maschine aus dem Bereich aber dann hast du trotzdem zwei also ja ne ein Feld ist komplett voll ja ja hatte ich auch wenn ich schade auch die Körbe von rechts und auch das links liegt ja das wäre nicht lustig ja und dann bringt bringen die noch nix mal da rüber komischerweise bei der online variante wird ein schild gar nicht vor allem die walzen drehen viel kürzer da wird das gar nicht so schön ist das nicht so schön umgesetzt wie hier finde ich es kommt einfach nichts guck mal alle einen drüber wieder ein zu wenig sollte nicht sein irgendwie gefühlt na gut bis später so letzter versuch heute nehmen wir die Sonne an ich wills hoffen aber nicht in den nächsten neun minuten wahrscheinlich mal gucken was passiert letzte runde vor heute ich hoffe dass der pfeif nochmal kommt die beste kommt zum schluss eine leerspielung bitte ja es geht los oh jetzt hätte er noch die burgen direkt hinterher jetzt müssen wir ein paar freispiele folgen hier jetzt zwei sind ne reihe köpfchen oh ja, aber wie, hätte der nicht andersrum? komm jetzt, Freispieler ansatze ich, drei, guck mal und boah, wie lange da keine Schilder kamen ich hätte gerade schwören können, das hätte drin sein müssen, so lange wie da kein einziges Schild kam oh, da ist er doch, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sogar zwei Zehner, drei drei Zehner sogar drin ich kann das nicht mehr verlieren schon mal gerettet für die erste Runde und dann hast du einmal Geld auf der Uhr und dann kommt die 3-Stunden-Pause er bucht raus und das war's wäre nicht das erste mal wenn er gerade mal Geld aufgebaut hat zack komm, mach doch mal die Türme vorne voll ich hab nur gar nicht gewollt vor heute nnnnn so, jetzt aber bitte hau einen raus jo, schon mal gerettet da haben wir doch mal Mini wir freuen uns wir freuen uns mittlerweile über jeden Euro mach den so naja, kann ja noch komm, mach den Miner noch voll naja, jetzt wird's eng wieder hier oh, da war man hat's oh, ein Zehner Zehner oh, nochmal ein Zehner wenn der jetzt die 40 AGs macht das wäre schon schön auch die 200 wären nicht verkehrt oder beide oder alle, alle einfach mal aber jetzt ist Ende, oder? äh doch aber das ist doch doch mal ein Anfang kann weg sein, sag ich doch ja das ist auf jeden Fall schon mal ein Rekordstand hehehe eigentlich ein Trauriger so dann schauen wir mal wie es weiter geht bis gleich bis gleich